Martin Sutter, Richtig Leben mit Gary Weibel, die Begrüßungsfrage. Es gibt Leute, die können tun, was sie wollen, es sieht immer richtig aus. Gary Weibel ist nicht einer von ihnen. Er muss sich alles erarbeiten. Wenn etwas bei ihm richtig aussieht, dann ist es das Resultat von präziser Umsetzung, genauer Beobachtung. Nicht, dass er besonders ungelenk wäre, er verfügt durchaus über eine gewisse natürliche Anmut, wenn er unbeobachtet ist. Aber Gary Weibel ist nie unbeobachtet, denn er beobachtet sich selbst. Er sitzt sich im Nacken und wartet auf seinen nächsten Fehler. Meistens muss er nicht lange warten. Das wäre weniger schlimm, wenn er sich nicht in Kreisen bewegen würde, die aus Prinzip keine Fehler machen. Sie tragen das Richtige, sie meiden das Richtige, sie vertreten die richtige Meinung, bestellen die richtigen Digestives und begrüßen sich mit der richtigen Anzahl Küsse. Etwas, das ihm im Moment besonders schwer fällt. Gary Weibel ist alt genug, um sich noch an die Zeit zu erinnern, als man sich kusslos begrüßte. Damals waren Dosierung des Händedrucks und Dauer des Augenkontakts eigentlich alles, was man bei der Begrüßung falsch machen konnte. Aber er war dann auch unter den Pionieren, die den Begrüßungs- und Abschiedskuss nicht mehr nur als Ausdruck der Frankophilie verstanden haben wollten, sondern als Zeichen dafür, was für ein zärtliches Volk wir Schweizer nämlich sind. Er wandte den einfachen, später doppelten, dann den dreifachen Begrüßungskuss an und hätte diese Steigerung ohne weiteres fortgesetzt, war sogar schon versucht gewesen, spontan dem Vierfachen eine Bresche zu schlagen, hätte ihn nicht die plötzliche Begrüßungskuss-Liberalisierung aus dem Konzept gebracht. Gary Weibel ist einer, dem der spielerische Umgang mit Regeln nicht gegeben ist. Er will wissen, was falsch und was richtig ist. Und dann hält er sich daran, bis neue Weisungen kommen. Aber in der Begrüßungsfrage gibt es plötzlich nichts mehr, woran er sich halten kann. Für Gary Weibel, der, wenn man sich zwischen mehreren Möglichkeiten entscheiden kann, dazu neigt, die falsche zu wählen, eine Zusatzbelastung. Früher konnte sich Gary einigermaßen auf seine Beobachtungsgabe verlassen. Er saß in der Champ Bar und hielt die Augen offen. Nach kurzer Zeit wusste er, dass man die Corona nicht mehr aus der Flasche am Zitronenschnitz vorbeischlürft, sondern den Schnitz angewidert aus dem Flaschenhals zupft und ein Glas verlangt. Oder er schaute ihm mucho gusto auf die Teller und entwickelte ein Gefühl für den Zeitpunkt, an dem er zum ersten Mal wieder etwas vom Rind bestellen durfte. Aber in der Begrüßungsfrage herrscht Anarchie. In einer knappen halben Stunde Champ Bar beobachtet Gary vier klassische Dreifache, zwei Dreifache mit Luftküssen, zwei Doppelte gemischt Luftküsse, Kontaktküsse, drei Scharaden Dreifache, zehn Zentimeter Sicherheitsabstand, zwei einfache abgewandte Lippenspitzer, einen männlich-gleichgeschlechtlichen Doppel-Brezenev, fünf, ein Trend, einfache Streifer mit Händedruck, einen vierhändigen Schultershaker, zwei Haarstruppler, ungeküsst und einen 90-sekündigen Full-Contact-Happy-Ender, bei dem er nicht sicher ist, ob er ihn mitzählen soll. Aber auch ohne den Happy-Ender, neun Variationen innerhalb eines Musters von nur 22. Und das unter den Gästen der Champ Bar, die bekannt sind für ihre Lifestyle-Disziplin. Gary Weibel zieht den einzigen für ihn plausiblen Schluss. In der Begrüßungsfrage heißt die Regel Deregulierung. Er wird, so schwer es ihm fällt, Flexibilität an den Tag legen müssen, wenn er nichts falsch machen will. Antizipieren, die Signale richtig interpretieren und richtig reagieren. Florettfechten. Aber im Zeichen der abflauenden Machophobie empfiehlt es sich für den Mann wieder eher zu agieren, statt zu reagieren. Als Gary Weibel im Mucho Gusto Bärlauch-Spaghetti isst und Susi Schläfli das Lokal betritt, sich kurz umschaut, niemand Besseren kennt und auf seinen Tisch zusteuert, entschließt er sich für den kussfreien Händedruck mit Mundabwischen. Er steht auf, streckt ihr die Hand entgegen und will die Serviette zum Mund führen, als er merkt, dass Susi ihm die Wange bereit hält. Sofort schießt er vor. Im gleichen Sekundenbruchteil realisiert Susi, dass Gary keinen Begrüßungskuss vorgesehen hat und dreht die Wange weg. Gary Weibels feuchte Bärlauchlippen und Susi Schläfli's Chanel Mund vereinen sich zum ersten einsekündigen Full-Contact-Happy-Ender in der Geschichte des Mucho Gusto.